Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallihallo! Hallo, ultrabrutal, der härteste Horrorreißer des Jahres, eine Gewaltorgie. So wird von Megalomaniac, der am 16.11. in den Kinos startet, mit einer FSK 1803 Minuten gesprochen. Hier ist der Sven und ich bin wieder nicht alleine. Hallo Till! Moin! Wir durften den Film schon vorab sehen. Vielen herzlichen Dank für den Screener. Zwischen 1996 und 1997 trieb ein Serienmörder in Belgien sein Unwesen. Er wurde nie gefasst. Der Regisseur, oh Gott, Karim Wellhai, nutzte dies als Vorlage für seinen Film. So, Megalomaniac, hattest du den Film schon auf dem Schirm oder schon von drüber gehört? Ja, der lief letztes Jahr auf dem Fantasy Film Fest und da war ich dann leider nicht da. Ich war ja dieses Jahr da, ist ja von mir zwei Stunden entfernt. Und da habe ich von gehört und auf der Internetseite vom Fantasy Film Fest stand, der muss sich vor Martyrs nicht verstecken. Und dann habe ich halt immer so ein bisschen, ne, auch hier und da mal was drüber gehört und der soll so krass sein und das ist das nächste Ding, was sich einreiht in die New French Extremity und da dachte ich mir, ja, den möchte ich gucken. Also ich wusste tatsächlich, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe erst vor, ich glaube ein paar Wochen davor mal was gelesen, dass der so gehypt wird und um Gottes Willen Grenzerfahrung und ja, wie du schon gesagt hast hier halt, dass er in die französische Terror-Ecke geht und ein würdiger Nachfolger wäre und ultra brutal und hart und um Gottes Willen. Und als ich dann bei uns gesehen habe, dass wir den als Screener bekommen könnten, habe ich gedacht, na, gucken wir mal, ob es vielleicht auch wieder eine Grenzerfahrung für dich ist. Also zumindestens für mich. Okay, worum geht's denn? Ja, wir haben Felix und Martha, es ist ja belgisch, es ist ja französisch, Martha, das sind zwei Geschwister, die vom Batscher von Mons abstammen. Diese Kinder wurden gezeugt unter relativ unschönen Bedingungen, möchte ich mal einfach so sagen und dann hat sich der Fall, wie du ja schon gesagt hast, der nie aufgeklärt wurde, der fängt wieder an sich zu wiederholen und es ist so, dass der Felix als Erwachsener, der wohnt mit seiner Schwester zusammen, irgendwann gesagt hat, okay, ich mache weiter. Ich mache genauso weiter wie unser Vater. Und der schlachtet halt rum und mordet und das relativ bestialisch. Man sieht leider, was heißt leider, man sieht nicht so viel davon, aber ja, mit den Ankündigungen ist es ein Leider. Und dann gibt es die Martha, die geht einfach arbeiten als Reinigungskraft in einer Fabrik, wird dann da fleißig gemobbt, hat dann auch eine relativ beschissene Erfahrung, eine sehr beschissene Erfahrung, weil sie wird vergewaltigt von zwei, wie heißt es denn, Mitarbeitern. Ja, und dann entfesselt sie plötzlich auch das Biest in sich, immer mehr. Und sie ist mental auch komplett kaputt, so wie ihr Bruder auch. Und dann bringt ihr ihr Bruder ein Spielzeug mit nach Hause. Und dieses Spielzeug ist kein Matchbox, sondern eine nackte junge Frau. Und dann entspinnt sich das Ganze so ein bisschen, ja, zu was auch immer. Ja, Terror, Torture, Mischmasch, der nicht ganz so weiß, was er mit sich anfangen soll. Sehr gut. Ja, im Grunde ist es auch so ein Kammerspiel. Wir haben relativ wenig Schauplätze und relativ wenig Darsteller. Wie fandest du den Cast im Allgemeinen? Und konntest du sowas wie eine Verbindung aufbauen? Den Cast an sich fand ich gut. Die haben echt, die haben gut gespielt. Es ist auch vom Look, wenn man den Film nur das erste Mal sieht und noch nicht ganz weiß, was auf einen zukommt, hat der auch was von so einem French-Extremity-Ding. Weil auch die, ich hab Wortfindungsstörungen, Kinder, es hilft mir doch mal, die Schauspieler verflucht. Die sind schon gut und die machen das Ganze auch meistens glaubwürdig. Aber das drumherum ist halt eher das, was der Film nicht so ganz hinkriegt. Weil die Schauspieler sind fies, die sind gemein, die bringen das gut rüber. Es gibt auch so eine, weiß nicht, es sind Dinner-Szenen scheinen bei Horrorfilmen immer so ein Ding zu sein. Und auch eine Dinner-Szene gibt es, die ist auch gut gemacht. Und ich konnte am Anfang mitfühlen mit der Martha. Und dieser Felix ist, ja, er ist halt ein schmieriges Arschloch von Anfang an. Ein richtig ekliger Typ. Der behandelt sie auch teilweise wie scheiße. Mit dem soll man überhaupt nicht mitfiebern. Aber ich konnte mit der Martha schon mitgehen erst mal, bis es dann ihre Mental Illness, ihre Wahn überhand genommen hat. Und ansonsten möchte man mit niemandem überhaupt, außer dann dem Opfer, überhaupt gar nicht mitgehen und mitleiden und fühlen. Das ging beim Opfer, war es okay, ja. Weil die wird auch schon leider sehr, sehr übel mitgespielt. Das muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber ich hatte echt ein Problem. Der Einzige, der mir einigermaßen sympathisch war, war dieser Vorarbeiter. Genau, der Bärtige, der da so, das hat geschehen lassen. Aber, ja, genau richtig, er hat es geschehen lassen. Er hat einfach weggeguckt und hat nichts unternommen. Ansonsten war mir Felix zu blass. Im wahrsten Sinne, das war so aus, als ob er noch nie einen Sonnenschein, einen Sonnenstrahl abbekommen hat. Bei Martha war es, es ist schwierig. Es ist auch tatsächlich ja auch so gewollt, dass du da überhaupt keine großartige Bindung aufbauen kannst, dass du dir das einfach als Beobachter, als der Zuschauer fungiert, praktisch einfach nur als Beobachter, ohne dass man sich irgendwie hineinversetzt. Aber sie macht, also Martha macht ihre Sache wirklich, die macht es richtig gut. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und was sie auch richtig gut macht, ist, dass, ja, dass du sie halt auch tatsächlich nicht so greifen kannst. Du kannst sie nicht in irgendeine Schublade stecken, weil sie passt nirgendwo wirklich rein. Nee, das tut sie nicht und das ist gut dargestellt, das auf jeden Fall. Und auch ihre inneren Dämonen werden visualisiert. Das fand ich auch ganz cool und die sahen ganz cool aus. Die haben für kurzzeitig, ja, gruselige Momente gesorgt. Aber da ist auch wieder der Vergleich, so ja, auch bei Martyrs gibt es den inneren Dämonen und das ist halt auch kein Vergleich, ne, von der Inszenierung her. So, und der wird nun mal mit diesem Film verglichen. Ganz offiziell auf der Internetseite letztes Jahr. Der muss sich einfach da dann auch geschlagen geben, weil der hat ganz kurz eine wirklich heftige Szene, weil das Opfer, was da, oder das Spielzeug, die Beschäftigung, die der Felix seiner Schwester bringt, der wird am Anfang wirklich Übel, Übles angetan. Dann ist der Moment halt weg und dann ist er wieder so in der Schwebe, der Film. Der weiß nicht so ganz, wie weit er gehen möchte oder vielleicht auch darf. Keine Ahnung, das ist ganz seltsam. Wobei ich finde, also den mit Martyrs zu vergleichen, den ich ja jetzt auch nicht so wirklich dolle finde, muss ich zugeben, finde ich auch schon echt weit hergeholt. Ja, das ist ja nicht meine Meinung, nur das, was man halt liest. Ja, ja, klar. Nee, nee, aber ich habe noch gedacht, weil sie auch gesagt haben, ja, ach Gott, und viel härter und dann sagt schon, oh Gottes Willen. Aber die Thematik ist eine ganz andere und das irgendwie, also ich finde, die sollte man nicht groß vergleichen. Nein, nein, definitiv nicht. Bei den Opfern hat mir auch so ein bisschen die Substanz teilweise gefehlt. Ja. Weil sie werden reingeholt, also auch sein Geschenk, gerade das, da habe ich gedacht, da könnten sie eigentlich gerade so die Beziehung zwischen Martha, die sich ja teilweise auch um sie kümmert, bevor sie dann mental auf Agro-Level schaltet. Ja. Und sie dann auch wieder schlägt und alles. Da dachte ich, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können und das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannender. Also ich brauche, ich brauche einen gewissen Bezug, um bei sowas mitfielen zu können. Also einfach nur hinhocken und glotzen bringt mir da tatsächlich relativ wenig, weil da kommen keine großartigen, ja, Verbindungsgefühle oder sonst irgendwas raus. Ja, mit den Stilmitteln, da wusste ich auch nicht genau, wie ich das alles so einordnen kann. Also zwischendrin wird es mal schwarz-weiß, dann haben wir eine Bildsprache mit kurzen, schnellen Schnitten, wo Irre durchs Haus rennen und dann gibt es auch eine Schlange und der Schlechter taucht immer wieder mal auf. Hat dich das irgendwann genervt oder hast du gedacht, eh, nee, das als Stilmittel passt das wunderbar rein, einfach gerade um die mentale Situation von Martha zum Beispiel zu beschreiben? Ja, das hat mich nicht gestört, das war, das war okay, das hat, es war auch nicht zu oft, ne, gerade dieser Reinschnitt dieses, der vom Vater, das war nicht, nicht zu überpräsent. Aber das, was er gestört hat, ist diese typische, bittere Konsequenz dieser Art von Film. So klar, wir haben, ja, wie sage ich das jetzt, wir haben zum Beispiel mal einen Fluchtversuch, der vielleicht ein bisschen nach hinten losgeht. Aber es folgt nicht so richtig was, wo ich sage, okay, das ist das, wo ich mich wegdrehe, wo ich wirklich, ich meine, ich brauche nicht immer Grenzerfahrung, aber wo ich wirklich merke, oh, jetzt wird es richtig unangenehm. Und, ähm, hier wird mir richtig was gegeben, wo ich vielleicht auch noch in ein, zwei Jahren sage, okay, damals, als ich den so, keine Ahnung, wie, 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 wie halt diese French Extremity Sachen, äh, wo ich sagen kann, okay, das war richtig krass, das war richtig bis, bis hinten raus richtig übel. Und, ähm, ja, aber das, ja, das ist so ein Schwebe, wie ich schon gesagt habe, der, der wabert einfach nur so vor sich hin und guckt zu seinen großen Geschwistern in diesem Genre und weiß aber, irgendwie kriegt er sie nicht erreicht. Ja, das stimmt, also er hat wirklich viel Symbolik verarbeitet, aber sie machen da auch nichts draus. Also ich finde auch, gerade bei den, bei den französischen großen Brüdern, Schwestern, die waren halt auch trotzdem, dass sie halt brutal, also Märtyrs fand ich jetzt nicht spannend, aber High Tension beim ersten Mal, zweiten Mal, auch beim dritten Mal noch, hat er mich einfach noch gepackt. Ja, der macht auch dem Namen High Tension alle Ehre und ich hab den ja jetzt erst vor ein paar Wochen im Kino gesehen, ähm, das ist halt, das ist halt ein absolutes Brett, so, von der Spannung, richtig geil, ja. So zwischendrin dachte ich mir auch, ja, ihr seid ein Serien-Psychopathen-Pärchen und dieses verdammte Haus ist die ganze Zeit offen, da latschen Leute, die Sozialarbeiter, genau die Sozialarbeiterinnen, die latschen da einfach rum, also wenn ich Serienkiller wäre, da würde ich mir doch tatsächlich vielleicht mal ein Schloss holen, damit nicht jeder bei mir ein- und ausgehen kann. Stimmt, das habe ich gerade vergessen, ja. Gerade wenn ich nicht da bin, also da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt, aber gut, ja, wir haben halt auch viel triste Farben, es ist alles heruntergekommen, also es wirkt alles schon dreckig und fies, aber die Figuren bleiben halt teilweise echt blass und werden nicht gut ausgearbeitet und sind wir ehrlich, also der Härtegrad ist jetzt nicht besonders hoch. Nee, also ich musste bei, der ist vor einiger Zeit besprochen, Speak No Evil zum Beispiel, musste ich weggucken und da gibt es eine sehr ähnliche Szene und hier, ja genau, war das einfach inszenatorisch anders gesetzt. Ich habe auch gedacht, okay, gut, gut, ich bin jetzt nicht so der Folter-Fan. Ja, das kommt noch dazu, ja, ja. Also die Demütigungen so, die sind schon heavy und irgendwann haben sie mich auch genervt, den Film so auf ein so hohes Podest zu stellen, das tut dem nicht gut. Nee, der kratzt auch. Weil du erwartest viel, viel mehr. Der kratzt auch bei Letterboxd, kratzt ja auch an einer 3,0, schafft er tatsächlich nicht ganz mit einer 2,9. Nein, ja und das verstehe ich auch, ja. Also ich glaube persönlich, wenn der, der geht 103 Minuten, er hat jetzt, ja, er hat schon so ein paar Längen, aber man wartet als Gorbauer drauf. Okay, vielleicht wird die Ex-Szene extrem. Also das ist so das, was mich am Film tatsächlich so gehalten hat. Das Thema, was ja ganz groß auch behandelt werden sollte, ist ja diese Täter-Opfer-Umkehr-Rolle. Findest du das gelungen? Nee, das war für mich gar kein richtiges Thema. Ja, aber du hast recht, aber nee. Ich fand nämlich auch, dass das mir einfach zu, das ging mir alles zu einfach. Sie haben ein paar stereotypische Sachen mit eingebaut, wo natürlich jeder irgendwann durchdreht und auch so diese Psycho-Schiene und sie sieht sich ja immer noch selbst. Und es gibt so ein paar Ansätze, die mir gut gefallen haben, zum Beispiel, wenn sie da sitzt und isst und sich selbst auf der anderen Seite sieht und ihr anderes Ich sie praktisch beleidigt und sie ja quasi den ganzen Frust, die ganze Aggressivität, alles in sich reinstopft. Hätten sie da weitergemacht, wäre das vielleicht nochmal anders gewesen. Der biegt irgendwann falsch ab, weil ich fand auch den Aufbau an sich mit ihr, wie wir sie kennengelernt haben, der hat einiges versprochen, gerade mit der Martha. Und das ist übrigens ihr Erstlingswerk, das ist eine Schauspielerin, die hat nur einen einzigen Film gemacht und das ist der. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, die Dame heißt Elin Schumacher und die ist wirklich, also wirklich auch ein kleines Highlight des Films. Ja, definitiv. Und der biegt dann halt falsch ab und entscheidet sich für Dinge, die ich dann nicht so gerne weiterverfolgen möchte. Ich glaube, wenn sie ihn tatsächlich kürzer gemacht hätten oder sie hätten sich auf eins fokussiert und nicht versucht, alles irgendwie unterzubringen, wäre tatsächlich was Besseres gekommen. Also ist es für dich Terrorkino, ja oder nein? Nein. Nein. Dafür kenne ich zu viele andere Terrorfilme und das ist es nicht. Es ist eher ein Versuch in Richtung so dieses typische Torture-Porn-Sicko-Ding, was er gerne wäre. Gut, kommen wir zum Fazit? Yes. Oder hast du noch was, auf was du hinweisen möchtest? Nö, eigentlich nicht. Irgendwann dreht man sich im Kreis bei dem Film. Schieß los. Ich würde ihn nicht empfehlen. Punkt. Weil, ähm, Kino, nein. Dazu, ich bin zum Beispiel viel gespannter auf den Thanksgiving von Eli Roth jetzt und dann würde ich sagen, ja, den, ne, den, den gebe ich mir definitiv. Ähm, dann würde ich sagen, guckt euch den an, auch wenn ich ihn nicht kenne oder ein Sword 10 meinetwegen, habe ich auch noch nicht geguckt, aber das ist so, ich kenne diesen Film hier jetzt und kann aber schon andere empfehlen oder, oder sagen, guckt euch lieber andere an, weil da vielleicht, wahrscheinlich werdet ihr dann nicht so sehr enttäuscht. Wird dem Hype nicht gerecht. Oder dem, dem, nicht dem Hype, sondern dem, das was, die, die Vorschusslorbeeren. Genau, so sehe ich es auch. Der, der ist jetzt, es ist keine ganze Vollkatastrophe, der hat echt ein paar gute Ansätze, der ist auch gut gedreht. Auf jeden Fall. Es gibt ein paar richtig, finde ich, gute Einlagen, auch so von der, von der Musik her, die sich dann irgendwann wieder komplett verabschiedet und dann gar nichts mehr ist. Und ansonsten zu lang, zu wenig Fahrt und ja, irgendwie halt ein Gebräu, das nicht so wirklich gut funktioniert. Also ich, zu Hause kann man sich mal angucken, finde ich, wenn man auf sowas steht, aber Kino würde ich auch nicht, würde ich auch lassen. Aber es ist jedem selbst überlassen, natürlich. Ja, ich gehe doch, ich bin da, ich bin ja da sehr verlässlich von meinen Empfehlungen her, deswegen 99 Cent Freitage. Okay. Gut, also von mir wär's das. Ja. Dann verabschiede ich mich schon mal, ihr könnt uns folgen auf Social Media, auf unserer Website www.tele-stammtisch.de, alle Folgen, alle Casts, alle Redakteure, Redakteurinnen, alles vorhanden. Ich sag schon mal, ciao und dann darf sich der Till verabschieden. Tschüss, tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.